Genesis Cloud CX ist unsere führende CCAAS-Lösung. Unsere moderne, offene Contact-Center-Plattform ist eine cloudbasierte All-in-One-Lösung, die für die schnelle Nutzung von Innovationen, Skalierbarkeit und Flexibilität konzipiert wurde. Mit der leistungsstarken Orchestrierungsarchitektur können Sie Erfahrungen neu gestalten, automatisieren und modernisieren, um die Erwartungen Ihrer Kunden und Mitarbeiter zu übertreffen. Als zentrale, leistungsstarke Plattform bietet Genesis Cloud CX Team, Tool und interaktionsübergreifende Konnektivität, während eine plattformweite KI dafür sorgt, dass Daten aus allen Konversationen, Webaufrufen und Journeys miteinander verknüpft werden. Diese Daten können dann zueinander in Beziehung gesetzt, angereichert und optimiert werden, um die früheren Erfahrungen und aktuellen Absichten der Kunden besser zu verstehen. Zu den Vorteilen der KI-Nutzung bei allen Interaktionen zählen die skalierbare Automatisierung, die Ergebnisprognose und die Möglichkeit, gezielt einzugreifen, um die Self-Service-Nutzung durch die Bereitstellung der richtigen Informationen oder die Weiterleitung an einen geeigneten Mitarbeiter zu unterstützen. Ihre Mitarbeiter haben für empathische und zielführende Unterhaltungen alle erforderlichen Informationen zur Hand. Das wirkt sich positiv auf die Engagement KPIs, ihren Share-of-Wallet und die Kunden- und Mitarbeitertreue aus. Wir sind bereits in 90 Ländern vertreten, um Unternehmen zu unterstützen, die zunehmend global agieren und dabei wechselnde gesetzliche Vorgaben und Zertifizierungsanforderungen in verschiedenen Regionen erfüllen müssen. Wir sorgen dafür, dass Ihre Kunden und Mitarbeiter bei jeder Interaktion das Gefühl haben, auf Augenhöhe mit einem vertrauten Gesprächspartner zu sprechen. Dazu bieten wir Ihnen die Flexibilität, Ihren kommerziellen Anforderungen und Ihrer Customer Experience Strategie entsprechende Umgebungen in einer oder mehreren Regionen zu nutzen. Mit elf Kern- und Satellitenregionen bei AWS, 17 Ländern in Genesis Cloud CX Voice und Unterstützung für 18 Sprachen für die Benutzeroberfläche, einer eigenen FatRamp Region und zahlreichen Sicherheitszertifizierungen erleichtern wir unseren Kunden die Bereitstellung global konsistenter Customer Experiences. Unternehmen aller Größen und in allen Branchen sind weltweit mit Genesis Cloud CX erfolgreich. Durch diese breite Kundenbasis können wir sehr umfassende Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln und unseren Kunden in Form von Vorlagen und Mustern für einen schnellen Einstieg bereitstellen, sodass Sie von kurzen Markteinführungs- und Amortisierungszeiten profitieren. Mit Genesis Cloud CX kann die Ressourcenzuweisung auf allen Ebenen in Hinblick auf die wichtigsten KPIs optimiert werden. Dazu stellen wir vier Kernfunktionen einer CCAAS-Lösung bereit. Kanalunabhängige Customer Journeys, personalisierte, orchestrierte Erfahrungen, Management der Mitarbeitererfahrung sowie Informationen und Einblicke. Nehmen wir beispielsweise unseren Kunden G-Bank. Der Wohnungsmarkt ist hart umkämpft. Die Zinsraten steigen und Käufer müssen sofort handeln, wenn sie das perfekte Eigenheim gefunden haben. Dabei ist die Auswahl des Kreditgebers äußerst wichtig und der Konkurrenzdruck für Banken entsprechend hoch. Die Marketingabteilung von G-Bank will Genesis Cloud CX für eine proaktive E-Mail-Kampagne nutzen, um Bestandskunden auf ein neues Sonderangebot hinzuweisen. Das Contact Center wurde über die Kampagne informiert, damit es sich auf einen möglichen Anstieg eingehender Anfragen vorbereiten kann. Mit Audience Estimator, unserem Tool zur Szenario-Modellierung, kann G-Bank das Verkehrsvolumen und die Ergebnisse anhand historischer Kundendaten abschätzen. Die gewünschten Ergebnisse können ausgewählt werden, um automatische Empfehlungen zur Wahl zwischen Self-Service und von Mitarbeitern betreuten Abläufen, Einblicke in die Auswirkungen auf die Ressourcen und Empfehlungen zur Ressourcenzuweisung für die erwarteten zusätzlichen Interaktionen zu erhalten. Mit dem Audience Estimator lassen sich Strategien unternehmensweit koordinieren und proaktiv die erfolgsentscheidenden Ressourcen bereitstellen. Administratoren können die intelligente Prozessorchestrierung in Genesis Cloud CX nutzen, um nahtlose personalisierte Journeys zu konfigurieren, die sowohl Self-Service als auch von Mitarbeitern betreute Abläufe beinhalten. Architect ist eine nutzerfreundliche Oberfläche zur Ablauforchestrierung per Drag & Drop. Nutzer können mit diesem einfachen, aber funktionsreichen Hilfsmittel schnell und mit minimalem Programmieraufwand Abläufe anpassen. Vordefinierte Kriterien werden zusammengestellt, damit einfache oder anspruchsvolle Interaktionsflüsse erstellt und Customer Journeys unter Nutzung aller verfügbaren Kanäle, Ereignisse und Daten in Echtzeit natürlicher und konversationsähnlicher gestaltet werden können. Mit Genesis Cloud CX können Sie auf der für alle Aktionen genutzten Oberfläche auch Bots entwerfen und implementieren. Das spart Zeit und reduziert die Komplexität. Unser dialogbasierter Botflow Builder unterstützt die Integration kritischer ML-Komponenten, sodass Sie den perfekten Bot zur Vereinfachung und Verbesserung Ihrer Customer Journeys entwerfen oder Ihre eigenen Bots für spezifische Anwendungsszenarien einsetzen können. Nutzerabsichten und Aussagen in sprachbasierten und digitalen Interaktionen werden ausgewertet und zum Trainieren der Bots genutzt, um die natürliche Sprachverarbeitung und die Self-Service-Interaktionen zu verbessern. Dadurch verbessern sich die Antworten Ihrer Bots und der Anteil der auf digitalen Kanälen abgeschlossenen Interaktionen. Der Intent Miner vermittelt tiefere Einblicke in das Suchverhalten der Kunden und identifiziert Trendthemen, die zur Automatisierung von Abläufen und zur Verbesserung von Wissensdatenbanken genutzt werden können. Zudem können Sie die Knowledge Workbench nutzen, um alle Interaktionen aufzuwerten und die Erfahrung Ihrer Kunden beim Self-Service mithilfe NLU-basierter Services zu verbessern, die vorhandenes Wissen zur Beantwortung von Kundenfragen nutzen und so die Erstabschlussquote und die Kundenzufriedenheit steigern. G-Bank nutzt diese wissensbasierten Dienste beispielsweise, um Kundenfragen zum Sonderangebot rasch zu beantworten, ohne wertvolle Ressourcen zu binden. Eine intelligente Mitarbeiteroberfläche sorgt dafür, dass entscheidende dynamische Informationen an die Mitarbeiter im Contact-Center weitergeleitet werden. Kundenservice-Daten, frühere Interaktionen und andere wichtige Informationen können von Genesis Cloud CX genutzt oder in KI-basierte virtuelle Assistenten anderer Anbieter wie Shelf eingespeist werden. Dadurch erhalten die Mitarbeiter in Echtzeit Handlungsempfehlungen, können ihre Fähigkeiten schneller ausbauen und die Kundenzufriedenheit durch individuelle Beratung steigern. Der einfache, aber leistungsstarke Orchestration Builder in Genesis Cloud CX bietet Kunden wie G-Bank die Flexibilität, Self-Service und von Mitarbeitern betreute Abläufe zu kombinieren, und zwar sowohl bei ein- als auch bei ausgehenden Interaktionen. Durch absichtsbasierte Personalisierung und Echtzeitoptimierung kann den Kunden bei jedem Schritt mehr Empathie entgegengebracht werden. Sehen wir uns einmal an, wie das aus Kundenperspektive aussieht. Darcy ist seit kurzem auf Wohnungssuche. Sie ist bereits Kundin bei G-Bank und hat die E-Mail über das Sonderangebot gelesen. Nun möchte sie mehr über dieses Angebot wissen. Also klickt sie auf den Link, gelangt auf die Website von G-Bank, meldet sich dort an und schaut sich um. Darcys Interaktion mit der Website wird ohne menschliches Zutun von einer Funktion für vorausschauende Interaktionen verfolgt. Zudem identifiziert Genesis Cloud CX Darcy als potenzielle Hypothekenkundin. Hier sehen sie, wie die Funktion für vorausschauende Interaktionen Darcys Website-Besuch verfolgt und den besten Moment für den Interaktionsbeginn ermittelt. Ein proaktiver Self-Service-Bot bemerkt, dass Darcy Schwierigkeiten beim Finden der gewünschten Informationen haben könnte und fragt, ob er ihr bei der Suche nach einer Hypothek helfen kann. Sie antwortet, dass sie die aktuellen Konditionen und Bedingungen für Militärangehörige sucht. Der Bot wurde mit dem Intent-Miner trainiert und versteht daher sofort, dass Darcy die Seite mit den besonderen Konditionen und Raten für das neue Sonderangebot sucht. Genesis Cloud CX trainiert NLU-basierte Knowledge-Bots zur schnellen Beantwortung von Kundenfragen, um die Abdeckung zu verbessern, ohne die Ressourcen überzustrapazieren. Nun hat die in Genesis Cloud CX integrierte KI einen entscheidenden Punkt in der Interaktion identifiziert. Sie hat alles in Echtzeit verfolgt und weist den Bot an, Darcy zu fragen, ob sie mit einem Mitarbeiter sprechen möchte, um mit der Beantragung einer Hypothek zu beginnen. Darcy bejaht diese Frage und der Bot leitet sie nahtlos an einen Mitarbeiter im Contact Center weiter. Hier trägt vorausschauendes Routing dazu bei, dass die Mitarbeiterproduktivität und die Kundenzufriedenheit bei Nutzern wie G-Bank nicht miteinander in Konflikt geraten. Mit Hilfe von KI werden fortlaufend über 100 Datenpunkte der Kunden und der Mitarbeiter analysiert und Interaktionen wie Darcy's nahtlos und in Echtzeit an den am besten geeigneten verfügbaren Mitarbeiter weiterzuleiten, unabhängig davon, ob sie auf einem Voice-Kanal, per E-Mail, Web-Messaging oder in sozialen Medien stattfinden. Vollständige KI-basierte Automatisierung trägt zur Verbesserung wichtiger KPIs wie der durchschnittlichen Bearbeitungszeit und der Transferrate bei. Unser Programm zum Entdecken, Testen, Kaufen sucht seinesgleichen und gestattet es Ihnen, sofort Bewertungsberichte zu erstellen, die Warteschlangen mit dem größten Verbesserungspotenzial zu identifizieren und Genesys Cloud CX mit einem Klick zu aktivieren, um sofort davon zu profitieren. So können Sie die Ergebnisoptimierung skalieren und die Verwaltung komplexer Warteschlangen durch Automatisierung vereinfachen. Genesys Cloud CX hat MJ als den am besten qualifizierten Mitarbeiter für Darcy's Chat identifiziert. Auf dieser modernen Oberfläche kann MJ mehrere Kundeninteraktionen auf Voice und digitalen Kanälen gleichzeitig betreuen. Innerhalb von 10 Sekunden nach dem Eintreffen einer neuen Interaktion wird den Mitarbeitern die Identität, das Anliegen und die Absicht ihres Gesprächspartners angezeigt. Die Angaben zur Identität stammen aus integrierten CRM-Daten und ermöglichen die Personalisierung der Interaktion. Außerdem sieht der Mitarbeiter, was der Kunde bereits unternommen hat. Das können frühere Käufe, ein Browserverlauf oder etwas anderes sein, das auf die Kundenabsicht schließen lässt. Dadurch steht das Kundenanliegen und nicht der Kanal im Mittelpunkt. Der Mitarbeiter sieht den bisherigen Gesprächsverlauf und kann daran anknüpfen. Dafür sorgt asynchrones Messaging. Auf unserer nutzerfreundlichen Oberfläche können Mitarbeiter im Contact Center mehrere kanalübergreifende Interaktionen gleichzeitig betreuen. MJ kann nun beispielsweise Kontakt mit Darcy auf dem Kanal ihrer Wahl aufnehmen. Agent Assist verfolgt die Konversation von Anfang an in Echtzeit, sucht in der Wissensdatenbank nach relevanten Informationen und zeigt MJ diese an. Agent Assist beschleunigt die Lernprozesse der Mitarbeiter und unterstützt ihre berufliche Weiterbildung. Das wirkt sich positiv auf die durchschnittliche Bearbeitungszeit und die Kundenzufriedenheit aus. MJ schickt Darcy auf ihren Wunsch eine E-Mail mit einem gesicherten Link zu einem Kreditantrag. Fragt, ob er noch etwas für sie tun kann und beendet dann das Gespräch. Mit Genesis Cloud CX haben die Mitarbeiter im Contact Center alles im Griff und die benötigten Hilfsmittel und Informationen zur Hand, sodass sie weniger gestresst sind und Kunden mehr Empathie entgegenbringen können. Das Ressourcenmanagement in Genesis Cloud CX dient der Verbesserung und dem Erhalt des Mitarbeiter-Engagements. Denn wir sind der Meinung, dass engagierte Mitarbeiter für bessere Kundenerfahrungen sorgen. Sehen wir uns einmal an, wie das bei MJ funktioniert. Zu Schichtbeginn sieht er sich seinen Schichtplan auf der nutzerfreundlichen Mobilgeräte-App Tempo an. Diese Woche überschneidet sich eine Schicht mit einem Fußballspiel seiner Tochter. Also meldet er sich im Mitarbeiter-Dashboard an, um die Schicht gegen eine andere zu tauschen. Da MJ weitgehend selbst entscheidet, wann er arbeitet, welche Schichten er übernimmt und wann er Pause macht, stimmt seine Work-Life-Balance. Jetzt trägt er seine Schichtwünsche für die nächsten drei Monate so ein, dass er die Spiele seiner Tochter nicht verpasst. Die Möglichkeit verbessert das Mitarbeiter-Engagement und reduziert die Fluktuation. Im personalisierten Mitarbeiterportal von Genesis Cloud CX können die Mitarbeiter mit einem Klick auf alles zugreifen, was sie zum Einsehen und Verbessern ihrer Leistungsbewertung und für ihre Karriereentwicklung benötigen. Hier sieht MJ sich seinen Schichtplan, seine Qualitätsbewertung, seine Leistungswerte und Trends, sowie die ihm zugewiesenen Lerninhalte und Coaching-Sitzungen an. Genesis Cloud CX erleichtert das Management der gesamten Karriereentwicklung und trägt damit zur Verbesserung des Engagements und der Zufriedenheit der Mitarbeiter im Contact Center und zur Reduzierung der Fluktuation bei. Wenn Mitarbeiter geografisch verteilt sind, ist auch die Förderung der Teamarbeit wichtig. An allen Stellen wurde Gamifizierung in Genesis Cloud CX integriert. Die Mitarbeiter können in Übereinstimmung mit den Geschäfts- und ihren individuellen Zielen eigene Leistungsziele setzen, monitoren und bei deren Erreichen belohnt werden. MJ sieht an seiner Punktzahl, wie gut er abgeschnitten hat. In der Bestenliste sieht er, wer die Spitzenreiter in seinem Team sind. In Echtzeit aktualisierte Scorecards und Bestenlisten schaffen eine Kultur des Lernens, fördern Fairness und Transparenz und beschleunigen die Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Durch den Einbezug spielerischer Elemente regen sie Mitarbeiter unaufdringlich zu Verhaltensweisen an, die dem Erreichen der Geschäftsziele dienlich sind. Mitarbeiter können sich die Vortagesleistung auf einen Blick ansehen. Auf einer benutzerfreundlichen Mitarbeiteroberfläche werden nicht nur frühere Interaktionen, sondern auch deren Leistung, basierend auf den relevanten KPIs angezeigt. Da die Mitarbeiterbewertung sich direkt auf die Interaktionen bezieht, erkennt MJ rasch, wie er seine Leistung verbessern kann. Teamleiter können das Mitarbeiterverhalten bei bestimmten Interaktionen zum Anlass nehmen, gezielte Coaching-Sitzungen zu planen oder ein Dokument oder einen Link einzufügen. Da MJ beispielsweise videobasierte Schulungsangebote bevorzugt, fügt seine Teamleiterung Alice einen Link zu einem Video ein. Coaching-Sitzungen und Schulungen aufgrund praxistauglicher Einblicke lassen sich ohne Terminkonflikte einfach buchen. Die in Genesis Cloud CX integrierte Terminplanung und Prognose steigert die Produktivität und sorgt für bessere Qualität und Kontrolle. KI-basierte Personaleinsatzplanung gestattet die Erstellung von Prognosen für bis zu zwei Jahre im Voraus und verbessert deren Genauigkeit durch die Einspeisung zusätzlicher Daten in Echtzeit. Gleichzeitig werden kontinuierlich mehrere Modellszenarien berechnet und automatisch Verbesserungen und Aktualisierungen vorgenommen, ohne das Erreichen der Geschäftsziele zu gefährden. So können ihre Planer schnell neue Terminpläne erstellen oder vorhandene einfach aktualisieren. Die Marketingabteilung der G-Bank hat beispielsweise gerade bekannt gegeben, dass das Hypothekensonderangebot um eine Woche verlängert wird. Mit einem Mausklick kann Alice die Prognose unter Berücksichtigung der durch das Sonderangebot gesteigerten Nachfrage aktualisieren. Echtzeitzugang zu den Schichtplänen aller Mitarbeiter unabhängig von deren Standort verbessert die Agilität eines Contact Centers, bietet den Mitarbeitern flexible Schichtpläne und Mitbestimmung und sorgt durch Echtzeitmonitoring dafür, dass die Leistungsvorgaben für das Contact Center eingehalten werden. Nutzer können die Warteschlangen im Tagesverlauf überwachen und sich detaillierte Einblicke in Live-Interaktionen zur Leistungsbewertung anzeigen lassen. In der Ansicht Interaction Performance können Teamleiter die Leistung ihres Teams rückblickend oder in Echtzeit monitoren und bewerten, die Stimmungswerte verfolgen, diesbezüglich Trends analysieren und nach spezifischen Stichwörtern suchen. Genesis Cloud CX hilft Teamleitern bei den großen Datenmengen den Überblick zu behalten, die bei Interaktionen generiert werden, und alle Interaktionen auszuwerten, die zur Erkennung von Trends und zur positiven Beeinflussung des Mitarbeiterverhaltens in Echtzeit erforderlich sind. Alice kann sich beispielsweise MJs jüngste Interaktionen genauer ansehen, um seine Leistung besser beurteilen zu können. Eine automatische Transkriptionsfunktion erleichtert es Ihnen, alle Interaktionen auszuwerten und aus ihnen zu lernen. KI-basierte Sprach- und Textanalysen unterstützen das Erkennen von Trends im Mitarbeiterverhalten und in den Empfindungen der Kunden und Mitarbeiter, das Verfolgen und Hervorheben wichtiger Themen sowie das Identifizieren häufig angesprochener Aspekte. Teamleiter wie Alice können so leichter dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter alle Vorgaben einhalten, empathisch auf Kunden eingehen und ein gutes Verhältnis zu ihnen aufbauen. Die Sprach- und Textanalyse in Genesis Cloud CX fördert empathische Erfahrungen für Kunden und Mitarbeiter. Ermitteln Sie in Voice of the Employee Umfragen, wie es um das Mitarbeiterempfinden und Engagement bestellt ist. Mit dem neuen, empathieorientierten Angebot von Genesis und Thrive können Unternehmen beispielsweise bewährte Methoden aus der Neurobiologie nutzen und ihren Mitarbeitern kurze Pausen gewähren, in denen sie abschalten und Stress abbauen können. Die G-Bank hat so ermittelt, welche Mitarbeiter sich gestresst fühlen und ihnen eine Thrive-Auszeit angeboten. Dadurch konnten das Wohlbefinden und Engagement der Mitarbeiter verbessert und die Fluktuation reduziert werden. Für ein besseres Contact-Center-Management und die Erkennung von Verbesserungsmöglichkeiten ist eine umfassende Übersicht über den alltäglichen Betrieb erforderlich. Genesis Cloud CX unterstützt die Aufbereitung von Daten für ihre bevorzugte Nutzungsart. Nahezu 100 eingebettete Berichte erfüllen die Anforderungen verschiedener Nutzer hinsichtlich der Visualisierung. Interaktionen, Mitarbeiterleistung, Einblicke in Customer Journeys und andere Informationen werden in einer leicht verständlichen und anpassbaren Übersicht zusammengefasst. Im Workspace Analysen können Sie eigene Ansichten erstellen und speichern und problemlos zwischen verschiedenen Reiterkarten wechseln. Für anspruchsvollere Analysen können Sie den von Genesis entwickelten Dienst Analytics as a Service und dessen breites Spektrum an vorkonfigurierten Berichten und automatischen Datenimporten nutzen. Zudem können Sie Daten aus Genesis Cloud CX exportieren und in DBI-Tools andere Anbieter einspeisen. So sind Sie endlich nicht mehr auf Tabellenkalkulationen angewiesen. Aus undurchdringlichen Zahlenkolonnen gewinnen Sie eine umfassende Übersicht und praxistaugliche Einblicke zur Verbesserung der Customer Experience und der Kundenbindung, die Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen. Die G-Bank wurde beispielsweise über einen großen Anstieg des Verkehrs zwischen dem Chat und dem Voice-Kanal benachrichtigt. Die Warnung führt direkt zum entsprechenden Dashboard. Wir sehen, dass zahlreiche Kunden vom Chat zum Voice-Kanal kommen. Unsere Optimierungslösung Pointylist unterstützt Manager bei der Verbesserung der Contact-Center-Leistung, indem sie die Gründe für bestimmte Kundenentscheidungen und Verhaltensweisen aufdeckt. Die KI von Genesis durchsucht hunderte Millionen Datensätze über Kunden, deren Verhaltensweisen und Ergebnisse innerhalb und außerhalb des Contact-Centers, um Problembereiche und Verbesserungsmöglichkeiten mit großen Auswirkungen auf die von den Kunden gewünschten Ergebnisse zu identifizieren. Die Betriebsteams können sich die Daten im Detail anzeigen lassen, um Problemursachen zu finden. Die KI von Pointylist misst und beobachtet jede Erfahrung, um Verhaltensänderungen in von Mitarbeitern betreuten und Self-Service-Interaktionen zu erkennen. Hier sehen wir beispielsweise, dass die Kunden Schwierigkeiten beim Hochladen von Dateien mit Android-Geräten haben. G-Bank ist in der Lage, Zeit zu sparen, indem sie die zuvor erstellten Self-Service und agentengestützten Abläufe weiterentwickelt, um die Spitze im Sprachverkehr zu bewältigen. Die G-Bank nutzt Automatisierung zur Authentifizierung der Kunden im IVR-System und kann daher eine Chatoption anbieten, bei der die Authentifizierung mithilfe einer von G-Bank gesendeten SMS fortgesetzt wird. Die so vermiedenen Anrufe werden auf einen Live-Chatkanal weitergeleitet und dort bevorzugt bearbeitet. So verbleiben sie auf einem digitalen Kanal und tragen zu einer optimalen Arbeitsverteilung bei. Dank dieser Optimierung werden die Anliegen der Kunden rasch erledigt und sie können wählen, wie sie bedient werden möchten. Das verbessert die Kundenzufriedenheit und die Effizienz des Contact Centers. Genesis Cloud CX unterstützt Unternehmen und Institutionen wie die G-Bank bei der Entwicklung innovativer Lösungen für komplexe Probleme. Dabei können einfache, sofort einsatzbereite Lösungen als Ausgangspunkt dienen, um Automatisierung und intelligente Orchestrierung für empathische Kundeninteraktionen und zur Verbesserung wichtiger KPIs zu nutzen. Wenn KI-gestützte Orchestrierung in unserer offenen, aus APIs bestehenden CX-Architektur eingesetzt wird, eröffnen sich unbegrenzte Möglichkeiten für neue Erfahrungen. So können Sie in Echtzeit selbsterklärende, kundenorientierte Erfahrungen gestalten, indem Sie Funktionen für personalisierte Kunden- und Mitarbeitererfahrungen aus den folgenden vier Komponenten miteinander kombinieren und orchestrieren. Unserem sofort einsetzbaren Produkt, unserem Marktplatz, Ihrem eigenen CX-Ökosystem und Ihren Entwicklertools. Das erleichtert es Ihnen, bei Veränderungen am Markt Schritt zu halten. Mit unserem All-in-One-Modell können Sie Ihre Investitionen optimal ausnutzen. Wie Sie gerade gesehen haben, bietet Genesis Cloud CX eine beispiellose Breite und Fülle nativer Funktionen. Sie können unsere Lösung aber auch erweitern. Dazu stehen auf unserem Marktplatz Lösungen unserer über 450 Partner zur Auswahl, von denen Sie viele vorab kostenlos testen können. Alternativ können Sie ein vorhandenes CX-System wie Salesforce anbinden, um wertvolle Kundendaten für Ihre Mitarbeiter und unsere Journey-Management-Modelle bereitzustellen. Und da wir wissen, dass von Contact-Centern oft mehr verlangt wird, stellen wir eine offene API-Plattform zur Verfügung, mit der Sie unsere APIs auf anspruchsvollere Weise in spezifischen Anwendungsszenarien nutzen können. 80% unserer Kunden nutzen unsere APIs derzeit auf diese Weise. Wir unterstützen das mit Entwürfen, Vorlagen und anderen Ressourcen in unserem Developer Center. Sie können mit wenig oder sogar ohne Programmieraufwand ein ganzes eigenes Ökosystem der Erfahrungen erstellen, um die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit und die Transparenz zu verbessern. Genesys Cloud CX ist eine Plattform für die Erfahrungsorchestrierung, die Kunden- und Mitarbeitererfahrungen beobachtet, bewertet und automatisch analysiert, was vor, bei und lange nach der Kundeninteraktion mit dem Contact-Center geschieht. Damit versetzt Sie Ihr Unternehmen in die Lage, Kunden- und Mitarbeitererfahrungen mit Hilfe von Automatisierung und Innovationen völlig neu zu gestalten und für beide Seiten reibungslose Interaktionen zu fördern. So unterstützen wir Sie dabei, Ihren Kunden mit Herz zu begegnen. www.autant-center.de 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 www.autant-center.de